Herzlich Willkommen zurück zur Banjo Pilots. Wir haben den Bottles Grand Prix abgeschlossen und Bottles in einem alles entscheidenden Showdown am Himmel besiegt. Ja, im 1 gegen 1, im wahren Kampfgefecht, war ich halt der Champ. Da konnte Bottles mal einmal nicht gewinnen. Weil er im Race immer gewinnt, wisst ihr. Gut, nächster Grand Prix. Bottles Grand Prix abgeschlossen, jetzt kommt der Grand Prix. Grunty, äh, Grand Prix. Ah, ich will schon wieder GmbH sagen. Oh, Grunty GmbH, Grunty GmbH, Grunty GmbH. So, jetzt habe ich genug Grunty GmbH für heute gesagt. Jetzt wollte ich es nicht mehr sagen. So, wir fangen natürlich an mit Humba Wumba. Die hat ganz wenig Endgeschwindigkeit wie der Jinjo eigentlich. Nur eins, aber ein Handlingpunkt mehr. Trotzdem auch die volle Feuerkraft. Das ist quasi eine bessere Jinjo. Humba Wumba. Humba Wumba. Das wäre auch freispiel. Ja, Grunty. Grand Prix. Mit GmbH nicht viel zu tun. Muss immer gegen Jolly Roger antreten. Mumbo. Und Klumbo. Und am Ende natürlich gegen Grunty selbst. Ja, Pumpkin Cup erstmal. Los geht's. Spiral Mountain. Leichte andere Atmosphäre. Und natürlich rückwärts. Spiral Mountain Air. Ja, die Strecken kennen wir noch ein bisschen umgebaut. Aber ja. Ganz cool. Nur hätten sie vielleicht noch ein paar Strecken mehr einfallen lassen können. Wie viele Strecken sind das für 64? 16 Strecken? Das geht aber für GBA, ne? Ja, GBA geht das. Seht ihr das? Wie schwer das gerade ist hier zu gewinnen mit Wumba Wumba? Because she's fucking slow. Das ist echt gut. Oh, ihr Jet sieht endgeil aus. Wie so ein Fixed Jet. Aber es passt ja auch, wenn ihr so eine erhöhte Feuerkraft habt, ne? Die Feuerkraft ist ja insane. Wie ihr wisst. Flotte Flugobjekt. A.K.A. Wir ärgern Bottles ein bisschen. Er ist ja immer erster. Aber wer die Parts gesehen hat, bisher weiß es ja. Ich wollte den Donkern trommeln. Das geht nicht los. Ey, was? Der hat gescheatet. Der hat gescheatet. Betrug, das sag ich an. Das ist mir so ein typischer Race, Fun-Racer-Betrug, ey. Klasse, sowas. Auf einmal ist er vor einem. Einmal ist er da. Außer nicht. Wahrscheinlich ist das Item-Tempo schon wieder. Die Sprintschuhe, die Sportschuhe, whatever. Ey, was? Achso, du hast noch... Du hast flotte Flugobjekt. Sehr, sehr gut. Ich dachte, da hat mich einer plötzlich wieder überholt. Ne, ne, alles gut. Guck mal, Granti Grand Prix und sie macht gar nicht mit. Sie macht einfach gar nicht mit. In ihren eigenen Grand Prix. Jinkseys Dunes. Rückwärts. Get ready! Go! Schade. Kein Tumestaus. Und so Bottles-Mogels ist sofort wieder da vorne. Dieser Sack, ey. Ich hasse ihn so sehr in dem Spiel. Du bist ein Puppets-Fan, Mann. Du bist ein Puppets-Fan, Mann. Du bist ein Puppets-Gutes. Mal irgendwelche Ring-Tempo-Ringer mal mal abschießen. Auf sein Expressor, ob sie nur noch dringen lassen. Hat nix auf dem Bad. Ganz komisch. Ganz komisch halt Globo. Aber ja. Mein eigener Eisblöcke zerschmelzt hier. Aufloom! Oh, mir könnte es gefällt mir die Strecke eigentlich besser. Ich meine, ich brauche die Strecke aufloh, ne? Ich weiß nicht. Aufloh! Das ist mal richtig. Da sind die Tempo-Dinger. Aufloom! 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 Yo! Geil, Lomatico! Yo! Tschüss! Der Boost! Der Boost, Leute! Geil! Für Bottles reicht es trotzdem nicht. Mann, ihr wollt auch, dass die Bottles mal nehmen, ne? Jetzt kommt der Tag. Jetzt kommt der Tag. So der Easy Mode, ey. Voll sieben Sion aller Zeiten, oder? Jolly Roger, ja. Auf dem Fall eben ja auch ein bisschen. Meine, warum ist jetzt ausgeregt Jolly Roger würde als Charakter und nicht irgendwie Tootie oder so? Ich weiß es nicht, aber. Spaß mit dem zu fliegen. Freeze Easy Peak. Rückwärts. Das war nicht meine Lieblingsstrecke, aber... Die andere Eisstrecke, wenn die wiederkommt. Das war meine Lieblingsstrecke. Diese Heißbeat-Eistrecke. Boah, war die geil. Ich mag's, by the way, nicht, dass man mit B schießt, weil man muss immer in so einer Claw-Haltung machen. Ich hab den Daumen auf der A-Taste und den Zeigefinger auf der... Oh, scheiße. Ich hab's nicht gekriegt. Der Zeigefinger halt auf der B-Taste. Das ist eine ganz komische Haltung, die man wieder einnehmen muss in dem Spiel, aber, ja. Willst du machen, ne? So funktioniert das hier. Ich hab mich eher gemacht, denn es? Ha' ich eh gemacht, als... Ich hab mich eher gemacht, als... Wie du 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 du! Typisch Donkey Kong. Das klingt so nach Donkey Kong. Holy fuck. ja wenn sie das gut dass man so beinahe jetzt oder hätte ich auch lieber ein didikon teile es gab muss sagen mag benzo ja auch sehr gerne so eine spielerei von denn ich mag doch noch mehr die kompile technisch zum beispiel mehr aber das ist jetzt wo benzo thematisiert wird für mich betrug und er hat sich bekommen das liegt erst mal gegen ein eisberg läuft bei dir bei titanik haben die geholzt das schiff untergang und wenn du fliegt einfach freiwillig dagegen aus einer pfeife für mich wer überholt 3 feuer im angebot ich glaube die wollen nicht auch schöne schneemann nicht sehr sehr signifikant ja wie viel zeit voll ist vorsprung zwölf sekunden läuft bei ihm ist immer wieder lustig hellfirepeaks rückwärts get ready go das ist alles vorbei und warum war letzter platz jetzt ist alles vorbei jetzt schon wieder dritte kann man sich halt nach vorne und gemein die leute nehmen das nicht nein die strecke sagt rückwärts tempo wenn ich nie mehr nehmen leute ich werde feier für euch. Lava-Eck. Fast, Jolly Roger. Aber nur fast! Hast du dir einfach eingebildet, dass du ruhig überholen kannst? Ja? Du bist eine falsche Adresse, mein Freund. Eine falsche Adresse. Schreib's dir in Geron. Falsche Adresse. Oh, guck mal, Grunty. Hey, Grunty, die Punkte für Gold. Du musst es machen. Mach es mit Sarah. Genau, lass uns sehen, ob du diesen schlussigen Bösen kannst, Jolly Roger. Jolly Roger ist ja so ein A-Pirat quasi. Piratenfrosch. Auf einen auf Kinkel-Rule! What this? Die Wunderkeit hält gar nicht so lange. Oh, der weicht doch fast besser aus, als die vorherigen Gegner. Okay. Mag seinen Jet übrigens nicht, der sieht aus. Jetzt hat er ihn aus dem Klo gefischt. Der sieht einfach nur scheiße aus. Die Farben. Ich... Er fällt mir gar nicht. Richtig low-quality. Sein Jet. Weiß nicht, Mann. Ich mag den nicht. Jolly Roger... An sich ist halt lecker als witzig, oder? Jet? Man mag sein Jet. Dieses christliche Gelb, ey. Das heißt, ist... Wie seine Hautfarbe, merk ich gerade. Oh, fuck my life. Ich bin getroffen. Er sagt, in der Ecke ist man meistens relativ safe. Kann man jetzt nicht gegen Jolly Roger verlieren. Also, bitte. Ach, grunt ich mich ja aus. Erwischt! Hast du schon nie einen verlassen, my boy. Hehehe. Mein Lieblings-Item. Mini Jong-Do. Der Blitz. Der Verdammnis. Ist auch ne kleine Mumbo-Anspielen, ne? Weil er selber... Ähm... Die Kraft über... Das Blitz-Element, sag ich jetzt mal. Normalen Angriffe im Banjo-Tui. Da schockiert er seine Gegner. Oh mein Gott. Ein sehr langes Duell. Ein ständiges hin und her. Wobei es näher in meinen Favor ist. Kann man schon sagen. Ich hab sehr viele Items leider nicht kriegen können. Ich muss ein bisschen härter jetzt kämpfen. Oh! Double Mini Jong-Ro! Get wrecked! Get wrecked! Jolly Roger! Get fucked! Watch me! Watch me! Nein! Wieder galant diesen Item-Boxen ausbrechen. Oh mein Gott ist warm. Diesmal aber nicht. Schon wieder Mini Jong-Ro! Oh mein Gott! Boomba Boomba! Deine alte Power ist inszenen! Du schings halt schon! Hanna! Wimpa Po! Schings halt schings halt Po! Ja, ja. Bois! Pumping Cup! Auf dem Kürbis als Pokal! Ich glaube, du denkst, dass du jetzt wirklich clever bist, nicht wahr? Okay, okay! Du bist ein neues Champion des Pumping Cup! Hehehehe! Das war auch wieder die normale Grunty, ne? Ey! Das wär auch cool! Hättest du die äh... Alternative Grunty noch gehabt, ne? Verbändische Tui! Das wär geil! Apropos Grunty! Los geht's! Und mit Grunty spiel ich am unliebsten! Obwohl ich jetzt von den Charakteren her... Grunty wahrscheinlich bevor ich zugucken würde. Wumbo und Grunty sind von den Charakteren her wahrscheinlich meine Lieblingscharakter. Aber das Ding ist... Es macht null Spaß mit Grunty zu spielen, ne? Guckt euch die Sets an! Das ist einfach devastating! Einfach Bullshit! Man muss die Preispiele nicht so bad! Egal! Toll denn! Los geht's! Wer ist hier der Gegner Mumbo, glaub ich, ne? Oh, ist wie ein Zauberer Battle! Zauberin? Hexe? Gegen Schamane! Treasure Toast Ghost! Und ihr Jet sieht auch aus wie ein Laufen Scheiß! Als hätte sie sich den selbst gebastelt! Guckt euch das mal an! Was ist das für ein Jet? Sieht aus als hätte sie sich den gebastelt, ne? Ich weiß nicht! Habmaschee oder so! Grunty versagt ja eigentlich immer auf ganzer Linie! Kannst mal so schnell sein wie Bottles! Weil wenn du einmal getroffen wirst von Item, Einmal einen Fehler machst oder so! Einmal vom Kurs abkommst! Ist halt fucked! Das Headman ist halt nicht geil! Du musst driften! Driften like a motherfucking God! Rap 2! Rap 2! Rap 2! Von Banjo! Diesmal triumphiert Grunty! Aber ja! Das passt auch nicht, ne? Ich finde die haben die schlecht designt! Weil normalerweise müsste Grunty auch die übelst krasse Firepower haben! Hier Bottles gefickt! Äh! Anfang von Banjo! Tui! Ähm! Hat die hier so ne schlechte Firepower! Mit ihrem Jet! Das ist echt bad man! Boah! Die lässt sich so schwer steuern! Der 2. Platz könnte noch drin sein! Ich mich jetzt gut anstelle! Boah! Das ist übrigens jetzt schon ein Ziel! Ich darf das mal anmerken! Was er jetzt ein Ziel ist! Nein! Was? Ja! Ein Fehler mit Grunty und ihr verloren! Ja! Okay! Oh! Oh! Das ist das beste Item, was man mit Grunty bekommen kann! Vor allem als Topspeed erreicht! Komm schon! Grunty! Ich klapper dich! Meine Lieblingshexe! Komm schon! Ja maaaannn! Also mit Grunty? Das ist nicht so einfach! Also zu gewinnen, ich meine Zweiter zu werden, ne? Weil ich guck mal wer da wieder dabei ist! Klenkers River! Ja, warum hat man nicht Klenkers Kellern genommen, ne? Na, egal! Jo, auch nicht schlecht! Das Geräusch, was die macht! Ach, das war diese schlecht! Ja, das ist meine Hassstrecke! Vor allem Strecken, die es gibt! Die mag ich überhaupt nicht! Die ist echt bad! Das ist überhaupt nicht cool, diese Strecke! Wer die designt hat! Ja, der sollte mal seinen Schwanz ins Piranha-Gege halten! Naja, ohne Witz! Das ist mal ne Gerechtstrafe dafür! Das kann ich für... Wer für das Spiel jetzt verantwortlich ist! Greg Miles! Isn't you? Oh, flieg hin! Ah, das war ärgerlich! Gerade mit Grunty, ne? Ja, Top Speed baut sich halt nur langsamer auf bei mir, aber... Bei rückwärts gefällt mir die Strecke etwas besser! Etwas! Ich habe etwas gesagt, ja? OY! Arschloch! Jolly Roger bemült, man! Ich weiß nicht warum Grunty... Jolly's Freundin... Ist ja ein transsexueller, oder... Ja, auf jeden Fall! Ist ein transsexueller! Ja? Hätte ich schon drüben, warum... Grunty... ...diesen Dude... ...da eingesperrt hat! Von dem Fisch! Ja, ganz ehrlich... Also die Freundin von Jolly Roger... ...die ist auf jeden Fall... ...vor anderem Ufer! Also das ist ein Dude halt, ne? Ein Trap! Grunty! Ich glaube an dich! Warte, ne Races! Ähm, boah, ist es ausklammert! Ich weiß nicht, wie schnell man diese Seiten bekommt... ...und jetzt wird uns rückzügig erfarmt! Ah! Grunty geht mir, ja! Los geht's! Get ready! Go! Los geht's, man! Ja, ha! Äh... Ah! Da! Ja! Go, go! Grunty, go! Juh! Juhu! Den kann man aber nur einmal benutzen, ne? Und leider nur einmal benutzen... Cheeto! Dafür liebe ich den Mann! Nein! Bottles und Muso! Oh mein Gott! Der ganz Vorsprung kriegt... Cheeto! Globo! So, der höchste jetzt mal... ...Minder Globo, by the way! Absonst, ne? Alles umsonst, ne? Alles umsonst, deswegen! Oh mein Gott, ich bin so vereitelt! Das ist halt das gleiche Problem wie bei Bowser, ne? Mario Kart! Außer super schnell, aber wenn er getroffen wird... Traumat ewig, bis er wieder in die Fahrt kommt! Solche Kackzeige Spiele ist ja nicht so gerne! Tja, diesmal jetzt kein Grunty-Quiz! In dem Spiel tatsächlich nichts! Einziger Endgame, wo es kein Grunty-Quiz am Ende des Spiels gibt! Da gab es doch einzigen, nein, aber nicht, man! Nicht beeindruckt! Da habe ich die Wahl zwischen Item und Powerboost! Wenn ich für das Item und Chi und Pferde hier belohnt, seid ihr mitbekommen in die Tempo-Schuhe! Die quasi... Genauso viel wert sind! Oh scheiße, was? Das finde ich sehr sozial von Banjo-Pilot! Sie einen direkt wieder auf den richtigen Kurs dann entschieden! Und ganz ehrlich, deswegen ist das Spiel auch super Anfänger, Freunde! Also wenn ich jetzt einen... Sohn oder Tochter hätte, die würden gerne mal ein Fun-Racer spielen, ich würde Banjo-Pilot direkt empfehlen! Das ist ein perfekter Fun-Racer für den Staat! Weil er einfach wirklich sehr, sehr nett ist! Das Spiel Panisch rein ist hart für irgendwelche Fehler! BAM! MOMO BAM! Yes! I'm the best! Fuck the rest! Und fuck bollet! Das gesehen! Die Momo noch in den letzten Sekunden überholt haben! Mit diesem mega geilen Drift! Bobi´s Rally! Oh! Bei Get Ready muss ich schon einen A drücken! Hä? Oh mein Gott, die Strecke Oh mein Gott Das denke ich mir auch gerade Das ist nicht geil gerade Oh mein Gott Das ist so eine kurvenreiche Strecke Und wisst ihr was ich mit Grunty nicht mag? Kurvenreiche Strecke Die wäre richtig geil in diesen Highspeed-Bereich da Diese Eichstrecke Wäre die richtig geil Was? Mit Purse? Verbottled? Ja I said it Und da ist er Da ist er, der Bottles Mein, mein Vorsprung Hey, wo kommen die denn jetzt alle weg? Hä? Smug, Mann Was ist das denn für ein Verarscher in dem Spiel? Wo kommen die denn jetzt alle weg? Ey Hallo Ey Hallo Verarsche? Ich will jetzt manchmal einmal erst und werde direkt auseinandergerissen von jedem Spinner hier Sogar von Mamdabo, Alter Aber seine Endgeschwindigkeit ist nicht so gut wie die von Grunty Okay, hier skille ich nicht und erst Strecke Strecke ist nicht scheiße, aber, ne? Grunty Weil die Steuerung ist bad Das ist halt Grunty Oh, die Temposchule, Leute Wir werden Wir werden vor Bottles Ins Ziel kommen Wir werden vor Bottles ins Ziel kommen Träumen weiter Träumen weiter Aber es war gut Aber eben noch ganz gut Probierst du das wieder Hey, not enough points for gold You will have to make So do you see My evil magic Has take control of that feeble Minded fool Mamdabo Name Game Maul Maul? Mamma Maul Maul Oh my God miten naja ich weiß ja nicht wenn sie nicht wirklich nimm den jungen wirklich den zaubernd weil die jungen race against him gespielt und fragen sich oh Gott die hier sind das ein scheiß nervös gewesen im Moment mal that shit oh mein Gott ich kann den nicht besiegen Moment, Moment, Moment Konzentration ich muss erstmal wissen wie er funktioniert der Jute Mumbo der Jute Mumbo Grunty ist halt auch nicht so leicht hier ne die schlechte Firepower das schlechte Handling Grunty hat zum Wind ist unmöglich scheiße ich muss sie gleich nochmal lead matchen ich muss gleich mit einem anderen Charakter normal das wäre ich nicht gewinnen Leute ich bin halt gewinnen ist vorbei Grunty suckt halt leider ja das war's ist vorbei kann ich mehr gewinnen jetzt guck mal wie viel Energie der Nord macht halt auch am wenigsten Schaden ich mach das ja gleich normal ne offscreen dann sehen wir uns wieder an dieser Stelle soll ich mit Bottles machen nein noch nicht schein mit Wunder Wunder doch war ich von den bisherigen Charakteren am meisten vom Gameplay ja tot oh doch das geht oh der Nevermind das ist geil das ist aber super nett von dem Spiel ich hab actually noch nie verloren einen in diesem Duell okay also das ich finde das extrem schwer gegen nehmen weil die Bierbillen die kamen mehr ab als ihr denkt langsam bleiben lange im Spiel so scheißegal ich werde immer wieder neu starten okay darf nicht so greedy sein weil ich jetzt nur aus und benutze nur die Items Deal? Oh no Deal Deal Die Ecke hilft mir natürlich wieder ich kann ein bisschen teasen das ist natürlich super unfair und mit Grunty anders sonst zu gewinnen als so ist halt schwer ich mag den Tilda als Charakter übelst gerne aber in diesem Modus beziehungsweise generell im Spiel der Gleiter ist aufs Pappmaschine bitte euch aber Mumu das Gleiter sieht auch nicht so toll aus warum kriege ich hier einen fucking Eisblock wie soll ich den treffen der vor mir ist das Itemlack ist halt auch scheiße gerade hier guck ich schon wieder ich schieße ein bisschen hier kann man nicht schießen aber bei der anderen Phase meine ich jetzt nicht guck mal kein Mini-Jungo ich fick den halt nicht das so scheiße ist aber Double-Lit war das mit den Eis-Eiern Motherfucking Double-Lit Oh da war er im Mini-Jungo hehehehe ich hab schon an Montilla zu sein hehehehe und was bekommen hier? oh wie geil das ist actually amazing bam und nochmal bam das Itemlack ist on my side on my fucking side ist das geil oder ist das ist geil? yo das Itemlack das war gerade insane es wird er destroyed 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 wir da meine Rache wird grausam sein boom in der face oh shit oh shit 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 wir wollen werden dick dies boom dick dies ja wir sind so gut da yeah run sie wird dich kriegen sie wird dich kriegen dann fressen sich die Fliegen oh fuck das ist ja ganz allerlei ich hau nicht zu bei sei jetzt was du da tust nur was man hört das ist der Schrei bam ein Treffer noch der ist da weg kann diesen Mambo Jamo weg der Brainwashed-Pudel von Grunty womit sie selber gegen ihr antreten kann oder was sweet victory Leute sweet fucking victory die sieht doch fett aus ne so ist es das waren die erste Cups vor den Grunty Grand Prix Leute die letzten zwei Cups fliegt bis beim nächsten Mal ich würd sagen bis zum nächsten Mal bis dann und ciao